Moin Moin und willkommen zurück zum Kerbel Modding Mittwoch! Diesmal mit dem Surface Experiment Pack und auch dem ersten Mod aus den Mods, die ich euch gefragt habe, welche ich mal vorstellen sollte. Der ein oder andere, der vielleicht ab und zu die Videobeschreibung liest, dem ist vielleicht aufgefallen, dass es seit einer Weile die Möglichkeit gibt unter jedem Kerbel Modding Mittwoch eine Umfrageliste auszufüllen, in der man sagen kann so, hey Robert, stell doch mal folgendes Mod vor und der ein oder andere von euch hat tatsächlich diesen Link schon geklickt und tatsächlich was ausgefüllt und eins der dort angeforderten Mods ist das Surface Experiment Pack und dabei dreht es sich um eine Erweiterung auch der EFA-Möglichkeiten und da das ja mal so viel Spaß macht, habe ich gedacht, nehme ich das mal mit rein und stelle euch das einmal vor, was das alles macht, weil es ist nicht so ganz selbsterklärend und dafür ist es glaube ich ganz gut, das mal in Komplett zu sehen. Was ist das Surface Experiment Pack? Das Surface Experiment Pack ist ein Mod, was euch verschiedene Experimente gibt, die ihr auf der Oberfläche von einem Himmelskörper aufbaut, wo auch immer ihr gerade seid, also auf Körben oder auf Duna oder auf dem Mond oder sonst irgendwo und Experimente damit durchführen könnt. So einfach, so schnell erklärt, das Ganze braucht dann aber ein paar Sachen und dafür gehen wir jetzt mal in die Teileliste als erstes rein und was als erstes mal dazu kommt oder was ich als erstes dazu sagen sollte, wenn ihr es installieren wollt, macht das am besten über CCAN. Wie genau CCAN funktioniert, das werde ich euch am Ende dieses Videos nochmal verlinken, da gab es ja schon Modding Mittwoch zu letzte Woche und da könnt ihr euch angucken, wie das funktioniert und das bringt euch die Dependencies mit, denn das Surface Experiment Pack hat einige Grundanforderungen, das ist zum Beispiel KISS und zum Beispiel CAS, die auf jeden Fall mit dabei sein müssen und damit ihr diese Anforderungen erfüllen könnt, empfiehlt es sich, wenn ihr das mit CCAN macht, dann müsst ihr nicht alles einzeln runterladen. So, wenn ihr es dann installiert habt, bekommt ihr zu den Standardsachen ein paar Dinge mit dazu. Also, ihr bekommt das sogenannte SAP Port Attachment Tool, wir würden das auch Schraubenzieher nennen. Das ist relativ wichtig, um Dinge anzuschrauben, nämlich Kabelverbindungen, das zeige ich euch dann aber gleich. Und ihr bekommt einiges an Bauteilen und zwar sind das alles die Bauteile, die von Albert Kerman Labs and BDB kommen. Da gibt es zum Beispiel solche Power Transfer Condits, das sind im Prinzip Stecker und mit Steckern kann man nachher Leitungen ziehen, um Experimente miteinander zu verbinden und es gibt verschiedenste Experimente, zum Beispiel das Physical Aerodynamics and Gravitation. Ja, ähm, ja. Es ist ein Golfschläger. Wenn wir alle ehrlich sind, es ist ein Golfschläger, aber, well, ne? Gut. Das ist dann der echte Golfschläger, das ignorieren wir jetzt einfach mal und wir sprechen mal weiter zu den anderen Experimente noch. Also, das Ganze beginnt immer mit einer Central Station. Die Central Station ist im Prinzip euer zentraler Verwaltungsrechner, der die ganzen Experimente entgegen nimmt und mit dem ihr dann quasi die Experimente verbinden könnt. Und um sie zu verbinden, habt ihr hier verschiedene so Power Splitter, Power Station, Power Extender Geschichten, an die ihr Dinge anbauen könnt. Ihr habt ebenfalls noch Structural Girders, also quasi Strukturteile, mit denen ihr später noch Teile anbauen könnt. Und noch dazu gehören hier die Solar Arrays. Und während ich euch das erzähle, würde ich sagen, packen wir auch schon mal die Dinge ein, die wir brauchen. Was wir nämlich auf jeden Fall brauchen werden, ist eine Wrench. Wir müssen irgendwas festschrauben können. Wir werden das Port Attachment Tool brauchen. Und wir brauchen auf jeden Fall die Central Station. Und wir brauchen eine echt große Menge von denen hier. Also packen wir einfach mal 20 ein. Das reicht dann hoffentlich für unsere Zwecke. So, was dann wirklich noch hilft, ist, wenn wir das jetzt haben, dann brauchen wir eben an der Central Station die Möglichkeit, was festzupacken. Ups, das war nicht so gut. So soll es sein. Der da hinten kann wieder weg. Zack. Und da nehmen wir ruhig mal zwei mit. Schadet ja nicht. Und dann brauchen wir auf jeden Fall ein paar Solar Arrays, damit wir Strom erzeugen können. Ich nehme jetzt mal vier Stück mit. Und damit wir den Strom dann irgendwo hinbringen können, empfehlen sich solche Power Stations. Die Power Stations, wie man hier drauf sehen kann, haben halt verschiedene Stromanschlüsse. Und da man dann ein Kabel reinsteckt und viele rausführen kann, kann man damit eben den Strom vermehrfachen, der hier rauskommt. Weil wenn ihr euch das Ding mal anguckt, das hat vier Anschlüsse. Da kommt der Strom nachher her. Und das wäre relativ begrenzt. Dafür gibt es hier quasi. Jetzt stellt es euch wie eine Verteilerdose vor. So, davon nehmen wir auch eine mit. Haben ist besser als brauchen. Und dann gibt es eben die Experimente. Das, worum es geht. Und da gibt es allen möglichen Kram. Es gibt einen Surface Grabimeter. Es gibt einen Surfnase. Magnetometer. Es gibt einen Retroreflektor. Retroreflektor, das sind quasi sowas, wurde auch wirklich von Apollo aufgebaut. Das sind Laserreflektoren. Damit kann man quasi den anderen Planeten oder Mond dann anpingen und kriegt einen Laserimpuls zurück und kann damit die Entfernung sehr exakt messen. Also gibt es tatsächlich, haben sowohl die Apollo Astronauten als auch, jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob die Russen mit ihrem Rover auch eine Hook genommen haben. Ich glaube schon. Und der ist sogar auch immer noch anpingbar und gibt, glaube ich, sogar ein stärkeres Signal als der von Apollo. Taltkatronen, neutraler Ionendetektor, einen Solarwindspektrometer, ein Passive Seismic irgendwas, das ich nicht lesen kann. Passive Seismic Experiment, also ein Seismograph letzten Endes. Eine Interheatprobe, also irgendwas mit Hitze messen. Und last but not least eine Wetterstation. So, und ich würde sagen, wir nehmen uns jetzt mal ein paar Sachen davon mit. Also auf jeden Fall nehmen wir das mit. Und damit habe ich, glaube ich, auch schon festgelegt, wohin es geht. Wir bauen das nämlich auf dem Mond auf, einfach weil es cool ist. Surface Magnetometer, warum nicht? Seismische Experimente sind bestimmt auch ganz witzig. Neutral Ionendetektoren, klingt auch sehr, sehr fortschrittlich. Solarwindspektrometer, ja. Interheatprobe, ja, nehmen wir auch noch mit. So, und die Wetterstation können wir uns, glaube ich, sparen. So viel Wetter wird da oben nicht sein. Haben wir so ein Ding schon? Surface Gravimeter? Nö, packen wir das noch da rein. So, und damit haben wir jetzt mal so eine kleine Ausstattung. Das sollte eigentlich reichen, damit ich euch lange genug langweilen kann, wie man das alles aufbaut. Und dann ist es noch ganz wichtig, wenn ihr das Zeug einsetzen wollt. Ihr müsst auf jeden Fall einen Engineer mitnehmen, der das Zeug aufbauen kann. Und ihr müsst einen Scientist mitnehmen, der das Zeug benutzen kann. Sonst ist es nämlich für die Katz. Und was sich halt oft noch empfiehlt, wenn man nicht irgendwelche Probe-Cores einbaut, einen Piloten zu haben, der das Raumschiff irgendwie hinbringt. Und ich würde sagen, ich zapp den ganzen Kram jetzt hier mal in Richtung Moon. Und wir basteln uns dann mal auf dem Moon ein entsprechendes Experiment zurecht. Bis gleich. Jetzt sind wir auf dem Mond. Und der Bill ist hier mal außen zu dem Container gelaufen. Und jetzt fangen wir mal an zu basteln. Der Bill hat jetzt nämlich den Auftrag, den Kram hier aufzubauen. Dafür braucht er auf jeden Fall seine Wrench. Und er braucht das Port Attachment Tool aka den Schraubenzieher. Und wir fangen mal an. Als allererstes bauen wir die Central Station auf. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viel von dem Zeug wir mitnehmen können. Wir nehmen auf jeden Fall schon mal ein so ein Görder-Ding mit. Und ich gucke mal, ob die noch reinpassen. Jawohl. Die passen auch noch. Wie viele davon kriegen wir noch rein? Nicht alle. Wir splitten mal zehn Stück ab. Mal gucken, ob das reicht. Auch nicht. Na gut. Dann machen wir das im nächsten Zug erst. Gut. Also wir fangen mit den Basics an. Als erstes tackern wir... Was geht mit dir? Warum läufst du denn so komisch? Na gut. Als erstes tackern wir mit Bill mal ein paar Schritte hier rüber. Und wir gucken uns jetzt mal an, was wir brauchen. Und zwar brauchen als allererstes, um was aufzubauen. Die Wrench. Die müssen wir ausrüsten. Und wir brauchen dann als erstes die Central Station. Mit der geht das nämlich los. Die wollen wir irgendwo auf den Boden bauen. So, jetzt kann man sich das natürlich so zurecht rotieren, wie man das gut findet. Äh, warte mal. Äh... A und D war es glaube ich. Genau. A und D. Jetzt kann wir mal gucken. Wir drehen das mal in die Sonne, dass man was sieht. Also hier vorne seht ihr auch. Guck mal, vorne sieht man diese vier Punkte. Das sind quasi die Anschlussstellen für den Strom später. Die drehe ich jetzt aus Video-Qualitätsgründen mal so, dass ihr die sehen könnt. Und dann können wir mit H gedrückt halten den Kram attachen. Dann haben wir hier quasi die Zentralstation aufgebaut. So. Die kann man jetzt irgendwie auch extenden oder so. Fragt mich nicht. Retract. Na gut. Ähm, was wir jetzt auf jeden Fall als nächstes brauchen, ist so eine Zentralstation. Braucht halt auch Strom. So. Und dafür brauchen wir dieses Girda-Segment. Und das wollen wir gerne anbauen. Und zwar an einem... Node. Äh... Warte mal. Verdammt. Sekunde. Jetzt muss ich mal... Ich glaube ich brauche den da, oder? Braucht den da? Ja. Also ihr müsst auf den Schraubenzieher wechseln. So muss es dann einmal R drücken für den Node Attachment Mode. Dann kommt hier so dieser Bubble Mode wo man das ran bauen kann. Dann wieder H und Attachment. So. Jetzt ist das dran. Jetzt... Lass mich mal kurz überlegen. Theoretisch müsste das Ding jetzt auch darüber funktionieren. Und zwar aber jetzt wieder mit ganz normalem Anbauen. Also ohne den Node Mode kann man sich hier schön die Solarpanels anbauen. Nichts detachen. So. Jetzt müssen wir noch eins darüber bauen. Zack. Ihr seht, worauf es hinausläuft. Einmal fröhlich alles festhackern. So. Und dann machen wir noch eins in die Richtung. Dann müssten wir eigentlich aus allen Szenarien ein bisschen Sonnenlicht bekommen. Oder aus allen Richtungen. Dass wenn sich das nachher ein bisschen bewegt, wir nicht komplett am Arsch sind und keinen Strom mehr kriegen. So. Die können wir jetzt ausfahren. Zack. Und haben dann schon mal Strom an unsere Zentralstation. Zack. Und nochmal. Zack. So weit. So gut. Das ist quasi der Anfang unserer Aufbauten. Das Zeug holt uns jetzt Strom. Also jetzt in dem Fall aus der Richtung. Falls mal die Sonne irgendwo anders ist, dann hier. So. Und jetzt gehen wir uns mal die nächsten Bauteile holen. Denn jetzt geht das ganze Spiel natürlich noch weiter. Wir sind ja noch nicht fertig damit. Was wir jetzt als erstes machen ist, wir nehmen mal so ein paar Stromstöpsel mit. Zehn Stück sollten erst mal reichen. Und wir nehmen die Power Station mit. Weil das ist jetzt so der nächste Schritt, um das mal ganz gut vorzubereiten. Und wir bauen natürlich das erste und aller wichtigste Experiment auf. Theoretisch können wir auch noch eins da noch um Seismisches. Ein bisschen Platz ist noch. Das machen wir noch. Äh. Solarwind. Jawohl. Äh. Hallo. Äh. Solarwind Experiment. Okay. Das reicht nicht mehr. Das da vielleicht. Na gut. Reicht nicht mehr. Gut. Dann leben wir jetzt erstmal mit den zwei Experimenten. So. Jetzt geht das frohe Spiel nämlich weiter. Und jetzt kommt der Part, wo ich vorhin meinte so. Ja. Das ist nicht ganz so selbsterklärend. Irgendwie läuft Bill heute sehr, sehr komisch. Vielleicht weil er so schwer beladen ist. Wer weiß. So. Ähm. Was nämlich nicht ganz so selbsterklärend ist, ist diese ganze Stromnetzverteilung. Ähm. Ist aber eigentlich ein ganz cooles Prinzip, weil man nimmt jetzt wieder die Branch zur Hand. Übrigens diese Zahlen hier sind die Zahlen, mit denen ihr das schnell wählen könnt. Ne. Nur mal so als Nebenerwähnung. Das ist eher so ein Inventory System Thema. Aber hey. Mit der 1 könnt ihr das direkt wählen. Jetzt zum Beispiel bei mir liegt die Branch auf der 1. Dann nehmen wir die Power Station. So. Die Power Station hat jetzt hier ein paar Anschluss. Ich gehe mal näher ran. Wenn ihr das mal dreht, seht ihr so, die hat oben halt so vier Stück. Jeweils in gegenüberliegende Richtung und dann noch eins unten dran. Und ich würde das jetzt mal so drehen, dass wir quasi einen Zugang in die Richtung halten, damit wir dann eine Verbindung schaffen können. Äh. Ja. Das war jetzt nicht so richtig schlau. Ähm. Wartet mal. Drehen. Und wenn ihr das dann hinbauen wollt, drückt ihr natürlich nicht einfach in die Maustaste, sondern ihr macht vorher ein Attach, damit das Ding dann auch verschraubt ist und nicht das erstmal wegfliegt, sobald ihr da irgendwie gegen rennt. So. Jetzt kommt der lustige Teil. Nämlich die Stöpsel anbauen. Dafür braucht ihr euer Schraubenzieher Tool wieder. Und dann nehmt ihr von den Dingern hier eins raus. Zack. Und äh. Jetzt stehe ich mir selber ein bisschen Weg. Baut das mit H da so ran. An den Stöpsel. Da seht ihr das, wie das sich ein bisschen überlagert. Jetzt sieht man, dass es da außen drin ist. H gedrückt halten. Und feuerfrei. Stöpsel drin. Und dann nimmt man noch so ein Stöpsel. Und zwar auf der anderen Seite. Das ist dann hier. Jetzt mach ich mal mein Helmlicht an, dass man das ein bisschen sehen kann. Nehmen wir uns das nächste Stöpselding raus. Und bauen das hier unten rein. So. Jetzt haben wir zwei Stöpsel auf gegenüberliegende Seite. Dank unserem Schraubenzieher, den wir jetzt nicht mehr in die Öffnung stecken können. Ne? Weil Strom und so. Und jetzt kann man hier klicken. Äh. Klicken, klicken, klicken. Warum? Was ist mit Bilno los? Okay. Und kann hier machen. Link. Dann generiert das erstmal so ein Kabel. Und dann gehen wir zu dem anderen Links, den wir anschließen wollen. Nicht anschleichen. Drücken nochmal Link. Und haben unsere erste Stromverbindung geschaffen. So. Das heißt, wir haben jetzt quasi ein so ein Ding verbunden und haben dadurch fünf neue Stromports gewonnen. Und die könnt ihr euch jetzt natürlich vorstellen, mit noch so einem Verteiler könnt man den nächsten anschließen und die so ein bisschen Daisy-Chain oder in Reihe schalten oder wie man das nennen wollt. Und damit fröhlichen Schabernack treiben. Soviel zum Thema Stromnetz. Erstmal jetzt wollen wir aber Experimente machen. Und zwar bauen wir als erstes unser Laserexperiment auf. Wo ist ein Körben? Da ist Körben. Jetzt bauen wir das natürlich professionell auf. Und zwar bauen wir das so auf, dass das auch auf Körben ausgerichtet ist. So. Das heißt, wir nehmen... Wartet. Natürlich nehmen wir als erstes wieder unseren Schraubenschlüssel in die Hand. Ganz wichtig. Dann nehmen wir unseren Retroflektrometer und richten den schön brav auf Körben aus. Also das ist natürlich nicht wichtig, aber Stilgründe und so. Dann wird der mit H wieder am Boden festgetackert. Und jetzt seht ihr aber hinten schon, der Stromanschluss zeigt aber eine blöde Richtung. Das heißt, wir können jetzt das nochmal sein lassen. Und der Stromanschluss würde halt nach hinten zeigen. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach diesen Stromstöpsel da hinten, damit es hübsch ist und funktional. So. Das heißt, ihr wollt auf jeden Fall gucken, dass dieser Stromnupsi, das ist das runde Ding, was jetzt über meinem grünen X da ist, wollt ihr, dass das in Richtung eures Stromanschlusses grob zeigt. So. Dann tackern wir das hier am Boden fest. Und dann nehmen wir wieder diese Stöpsel da. Also gehen als erstes auf den Schraubenzieher. Und wir nehmen dann wieder die, wie heißt das, die Powertransfer Condit. Also ich nenne sie mal Stromkabel. Und tackern die halt hier wieder rein. Mit H könnt ihr die wieder verbinden. Und so geht das dann jetzt quasi weiter. Und wir bauen uns so nach und nach ein kleines Netzwerk auf, in dem wir unsere Experimente verbinden. Link, Link. Und wir haben das Experiment dran. Und jetzt geht das immer so weiter. Wir nehmen jetzt halt quasi wieder den Schraubenzieher. Und wir nehmen das nächste Experiment. Und gucken mal, wo der Stromanschluss ist. Hoppala. Der ist in die Richtung. Den drehen wir jetzt mal so rum, dass der in die Richtung zeigt. Tackern das wieder am Boden fest. Nehmen uns wieder den Schraubenzieher. Und jetzt seht ihr auch, warum ich so viele von diesen Stromstöpseln mitgenommen habe. Man braucht halt immer zwei. Das heißt, wenn ihr zehn Experimente anschließen wollt und noch eine Power Station, dann braucht ihr wie viele? Genau. 22 Stück. So. Ich habe jetzt 20 mit. Das heißt, ich kann nicht ganz so viele anschließen. Richtig. Eins weniger halt. So. Oder keine Power Station, aber dann wird es halt knapp mit den Anschlüssen, weil da sind eben nur vier Stück. Ich hoffe, ich habe mich jetzt gerade mathematisch nicht völlig blamiert, aber es müsste theoretisch hinhauen. So. Jetzt kommt hier noch ein neues Stöpsel rein. So. Ich denke, das Prinzip ist damit erstmal relativ klar. Und wir können jetzt hier unsere Experimente anschließen. Jetzt kommt natürlich der wichtige Part. Er kann das nicht. Denn wenn ich das jetzt mache, sagt er, Passive seismic data can only be externally controlled by a scientist. Und da kommt jetzt unser Freund der Bob ins Spiel. Der Bob kann nämlich aussteigen und da mal rüber jetten und jetzt seine Aufgabe als Scientist nachkommen. Ich baue jetzt hier mal nicht das komplette Netzwerk mit allen Experimenten auf, weil im Prinzip ist hoffentlich klar. Und jetzt können wir zu unserem lustigen Experiment gehen und sagen, hey, observe unser Experiment. Ich bin jetzt im Sandbox Mode. Da gibt es natürlich nicht ganz so viele Sachen. Aber wir haben jetzt hier gemessen, small meteorite strike rings the moon like a bell. Also kleine Meteoritentreffer machen oder erzeugen Erschütterungen wie bei einer Glocke. Das kann ich jetzt entsprechend speichern und kann natürlich hier drüben noch das nächste Experiment basteln gehen. Und das ist dann quasi das, was ihr mit dem Surface Experiment Pack machen könnt. Ah, the reflector confirms that the moon is slowly being accelerated by Kerbans tidal beach, raising its orbit. A billion years ago it would have been uncomfortably close to Kerbin. Also was da steht ist, dass mit dem Experiment quasi bewiesen werden kann, dass die Gezeitenkräfte von Kerbin den Orbit des Monds nach und nach immer weiter rausdrücken, wie es auch in Wirklichkeit ist. Also der Mond war ja früher auch mal sehr viel näher der Erde und es ist heute auch noch über die Laserexperimente bestätigbar von der Erde aus zum Mond, in dem Falle von Kerbin zum Moon, dass dieser sich immer weiter entfernt. So, und jetzt machen die Kerbans hier fröhlich noch ein bisschen Wissenschaft und ich baue den Kram weiter aus. Und ja, probiert es einfach mal aus. Ich denke gerade in Kombination dann noch mit so etwas wie Tech-Life-Support, wo man echt aufpassen muss, wie viele Stunden man draußen rumturnt und den vielen Planeten. Super witzig, um die Eva noch ein bisschen spannender zu machen. Danke für den Tipp und natürlich auch an euch alle, wenn ihr einen Mod habt, das ihr mir gerne mal empfehlen wollt, dann guckt doch einfach mal unten in die Beschreibung, da ist ein Link zu der Umfrage. Füllt die aus, lasst mich wissen, welches Mod ich mal vorstellen muss oder soll oder ihr es mir zumindest empfehlt. Und vielen Dank für den Tipp. Ist ein lustiges kleines Mod, ist auch mal ein bisschen was Komplexeres. Also endlich mal wieder ein etwas längerer Modding Mittwoch. Sorry, dass es am Donnerstag kam. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss. Ein Name ist Robert und tschüss. Ich weiß discern, ob es bottoms gebet. Gebet ich gerne nun vorbei mir. Bis zum nächsten Mal.